Halt! Wenn du jetzt ein neues Smartphone kaufst, wirst du das vielleicht bereuen. Denn in 2024 erscheinen viele spannende Geräte. Von Samsung, Apple, Google und noch so vielen mehr. Was die alles können und wann sie erscheinen, erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Alles fängt an mit Samsung, die bereits im Januar die Galaxy S24-Serie vorstellen. So früh waren sie noch nie. Am Design ändert sich aber auch nur wenig. Die Rückseite hat immer noch diese drei einzelnen Kameralinsen. Nur der Rahmen ist jetzt nicht mehr glänzend, sondern matt und beim Ultra-Modell sogar aus Titan. Das soll natürlich das Gewicht und die Widerstandsfähigkeit verbessern. Das Galaxy S24 und 24 Plus werden jeweils 0,1 Zoll größer. Das Ultra bleibt bei seiner Größe von 6,8 Zoll. Alle drei haben 120 Hertz. Das S24 hat eine Full-HD-Plus-Auflösung und die anderen beiden haben Quad-HD-Plus. Außerdem werden alle 2600 Nits hell, was echt brutal viel ist. Aber ihr müsst jetzt stark sein. Der Prozessor im Inneren ist ein Exynos. Der Exynos 2400. Kein Snapdragon mehr. Beziehungsweise nur noch im Ultra-Modell. Ich begreife das nicht. Ich verstehe nicht, warum Samsung nicht einfach seine Lektionen gelernt hat. Und der Snapdragon 8 Gen 3 ist richtig krass und er wird im Galaxy S24 Ultra auch richtig viel Spaß machen. Aber die anderen Geräte bekommen Exynos. Ich hoffe, er ist gut. Diese Hoffnung hatte ich aber schon oft. Sehen wir dann im ausführlichen Review. Selbstverständlich wird es auch Reviews zu allen heute gezeigten Smartphones geben. Also abonniert diesen Kanal, um das nicht zu verpassen. Der Akku ist wie folgt. Alle laden ziemlich langsam auf. Das normale S24 mit 25 Watt und die anderen mit 45 Watt, wobei Samsungs 45 Watt halt nicht echte 45 Watt sind. Bei den Kameras wird sich hardwareseitig nicht viel verändern. Stattdessen wird in der Software viel auf künstliche Intelligenz gesetzt. Da soll Samsung wirklich was raushauen. Aber das Ultra bekommt auch so ein Ding, was im ersten Moment wie ein Downgrade wirkt. Und zwar wird die Telekamera von zehnfach auf fünffach reduziert. Aber sie hat nicht mehr zehn Megapixel, sondern jetzt 50 und soll deswegen qualitativ in jeder Hinsicht besser sein. Einfach weil dieser Sensor größer ist und schärfer. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Denn das iPhone und das Pixel machen zumindest bei fünffach, aber auch bei zehnfach vergleichbare Bilder. Natürlich wird es auch ein neues Fold und ein neues Flip geben. Die bekommen vor allem den neuen Snapdragon 8 Gen 3. Und das Flip hat ein größeres Display auf der Außenseite. Das soll jetzt 3,9 Zoll groß sein, davor waren es 3,4 Zoll. Das Fold wird insgesamt dünner und soll sich mehr wie ein normales Smartphone anfühlen. Also jetzt etwas weniger lang und dafür etwas breiter sein. Da freue ich mich ja schon ewig drauf. Außerdem wird das Flip jetzt die 50 Megapixel Kamera aus dem Galaxy S24 bekommen. Sollte also auch bessere Bilder machen. Eine Telekamera ist da wohl aber nicht geplant. Als ich dieses Foto gemacht habe, ist mir mein Pixel 8 Pro aus der Hosentasche gefallen. Und das Schlimme ist, ich finde dieses Foto nicht mal wahnsinnig gut. Aber das Pixel hat jetzt für immer diese kleinen Dellen im Kamerabalken. Und es liegt einfach daran, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine RhinoShield Hülle gab. Jetzt gibt es die aber endlich. Ich habe die immer dran und die ist richtig genial, weil die nicht nur das Gerät schützt, sondern zusätzliche Funktionen gibt. Denn diese Hülle passt nicht nur farblich perfekt zum Pixel, sie hat auch MagSafe. Das heißt, ich kann alles MagSafe auf Zubehör benutzen, wie zum Beispiel auch die RhinoShield AquaStand Trinkflasche. Und die liebe ich einfach dafür, da mein Smartphone drauf zu machen, bei Video anrufen oder wenn ich ein Video anschaue oder wenn ich was filme oder fotografiere oder einfach im Fitnessstudio, während ich trainiere, habe ich da meinen Tracker drauf. RhinoShield Hüllen sind inzwischen weit mehr als nur der beste Schutz für dein Smartphone. Sie erweitern förmlich den Funktionsumfang mit dem modularen Ökosystem an Produkten und mit dem Code iKnow15 bekommt ihr bis zum 5.1. während der Holiday Sales 15% Rabatt. Ein Link dazu unten in der Videobeschreibung. Von Google erwarten wir vier neue Smartphones in 2024. Da wäre einmal das Pixel 8a, was aussieht wie ein Pixel 8, nur etwas mehr Kunststoff verwendet und vorne dickere Displayränder hat. Es fällt aber auch etwas kompakter aus. Es hat ein 90 Hertz OLED Display und natürlich den Tensor G3 Prozessor sowie die großen Modelle. Man erwartet keine großen Änderungen bei der Kamera, aber dass eben die ganzen KI-Funktionen kommen, die wir von den großen Geräten kennen und sogar auch die sieben Jahre Software-Updates, was halt für ein Gerät, was unter 500 Euro kosten wird, dann schon wirklich beeindruckend ist. Dann erscheint gegen Mitte des Jahres das Pixel Fold 2. Ich erwarte weiterhin ein edles Design, aber insgesamt dünnere Displayränder, eine bessere Akkulaufzeit, natürlich auch den Tensor G3 Prozessor und hoffentlich auch einen günstigeren Preis, wobei das dann doch eher selten passiert. In den Gerüchten gibt es auch ein großes Fragezeichen darum, ob vielleicht sogar eine Art Pixel Flip erscheinen wird. Das ist aber noch nicht sicher. Sicher ist nur, es kommt ein Pixel 9 und 9 Pro dann Anfang Oktober. Die haben auch größere Displays und etwas dünnere Ränder. Sie haben vor allem den neuen Tensor G4 Prozessor, der natürlich einen noch größeren Fokus auf künstliche Intelligenz legt, natürlich auch effizienter sein soll, aber er wird immer noch von Samsung in 4 Nanometer gefertigt. Also mal schauen, wie das da dann mit der Effizienz ist und wie er sich im Vergleich zum Snapdragon schlägt. Man weiß noch nicht wahnsinnig viel über die Geräte, aber sie sollen vor allem noch mehr künstliche Intelligenz haben und auch den G2 Standard, also MagSafe laden auf der Rückseite. Nothing soll gleich zwei neue Smartphones in 2024 vorstellen. Einmal das Nothing Phone 3, was noch etwas mehr High-End wird, mit neuerem Prozessor, besseren Kameras, geändertem Design natürlich. Allerdings nicht zu spektakulär, alles im erwartbaren Rahmen. Es soll noch ein zweites Smartphone früher erscheinen und zwar ein günstigeres Smartphone. Anscheinend soll das auch ein richtig cooles Design haben, allerdings anders als die anderen Nothing Phones und eben richtig gut ausgestattet sein in seinem Preisgebiet von, keine Ahnung, wahrscheinlich unter 400 Euro. Also es fände ich richtig cool, wenn wir auch in diesem niedrigeren Preisgebiet mal ein spannendes Smartphone sehen, was nicht nur einfach versucht billig zu sein, sondern irgendwie auch besonders. Leider werden OnePlus, Oppo und Vivo auch 2024 wahrscheinlich nicht zurück nach Deutschland kommen. Und warum das sehr schade ist, sieht man ganz gut am OnePlus 12. Das wurde schon vorgestellt und ist einfach spektakulär. Allein das Display, okay, das hat eine Quad HD Plus Auflösung und natürlich 120 Hertz, aber es wird einfach mal 4500 Nits hell. Ja, das ist doppelt so hell, mehr als doppelt so hell wie ein iPhone 15 Pro Max. Außerdem hat es natürlich den Snapdragon 8 Gen 3. Es lädt mit 100 Watt extrem schnell auf. Es hat die neuesten Sony Kamerasensoren und sogar einen dreifach optischen Zoom, der einen 64 Megapixel Sensor hat, der einen halben Zoll groß ist und deswegen ist die Telekamera hier richtig, richtig gut und alles hat natürlich wieder die Hasselblatt Farbbearbeitung. Ich würde dieses Smartphone so gerne testen, aber ja, das wird wohl leider nichts. Das Xiaomi 14 und 14 Pro wurden bereits in China angekündigt und werden auch im Frühjahr nach Deutschland kommen. Sie haben ein ähnliches Design und wieder die Zusammenarbeit mit Leica, allerdings kein 1 Zoll Sensor mehr. Man hat sich jetzt wieder dafür entschieden, etwas kleinere Sensoren zu verbauen, aber im Inneren gibt es natürlich die neueste Technik wie den Snapdragon 8 Gen 3, Schnellladen und so weiter. Sieht vielversprechend aus. Das wirklich krasse Monster-Smartphone von Xiaomi wird aber wieder das Xiaomi 14 Ultra sein. Das hat dann auch wieder den 1 Zoll Sensor. Viele Kameras, Zusammenarbeit mit Leica. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig krass, erscheint aber erst etwas später. Honor stellt 2024 auch wieder einige Smartphones vor. Die zwei Highlights sind in meinen Augen. Einmal das Magic V2, das dünnste verhaltbare Smartphone auf dem Markt. Das erscheint schon im Januar. Und dann etwas später kommt das Magic 6 Pro. Auch hier drin steckt der Snapdragon 8 Gen 3. Ein wirklich riesiger Akku, über 5000 mAh mit Schnellladen natürlich. Der Vorgänger hat mir richtig gut gefallen, weil die Kamera echt abliefern konnte. Und die Telekamera soll jetzt ein 160 oder sogar 200 Megapixel Sensor bekommen. Also man soll damit auf jeden Fall sehr bald zoomen können. Ich bin gespannt, denn Honor ist im Endeffekt das, was Huawei früher war. Und in letzter Zeit stellen die wirklich starke Smartphones vor. Schon auf dem Mobile World Congress, also im März, wird Sony sein neues Xperia 1 Mark 6 vorstellen. Das 5 Mark 6, das folgt dann wahrscheinlich zur IFA im September und wird dieselben Daten haben, nur den kleiner. Wir erwarten, wie wir das immer bei Sony erwarten, ein sehr ähnliches Design. Also kantige Form und sehr länglich. Es wird wieder ein 21 zu 9 Display geben mit 4K Auflösung. Allerdings soll dieses Display jetzt auch deutlich heller werden. Selbstverständlich gibt es auch den Snapdragon 8 Gen 3. Es wird weiterhin einen Kopfhöreranschluss geben. Die Kameras bekommen die neuen Sony Sensoren und die Periscope Kamera soll jetzt nicht mehr variabel sein, sondern soll jetzt sechsfach verlustfrei sein. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, denn die variable Lösung, so cool die Idee auch ist, die Umsetzung war qualitativ einfach nicht da, wo andere Hersteller sind. Deswegen glaube ich, ist es eine gute Idee, jetzt auf eine Sechsfachlösung zu setzen. Tja, und dann ist da noch Apple mit dem neuen iPhone. Wir erwarten dieses Jahr noch nicht ein iPhone SE. Das soll erst nächstes Jahr kommen und ich würde mir wünschen und auch schätzen, dass das sozusagen ein iPhone 13 Mini nur mit neuem Prozessor ist. Aber halt erst 2025. Was dieses Jahr hingegen kommt, ist das iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max. Beim 16 erwarten wir, dass ein Action-Button dazukommt und dass das Kameradesign wieder mal geändert wird. Jetzt sollen die Linsen wieder übereinander sein. Das hängt damit zusammen, dass man auch mit dem iPhone 16 Spatial Videos aufnehmen soll, die dann in Apple Vision Pro angeschaut werden können. Natürlich bekommt das iPhone 16 dann den Prozessor aus dem Vorjahr, also den aus dem iPhone 15 Pro und das 16 Pro bekommt einen neuen Prozessor und der wird wieder in drei Nanometer gefertigt sein, aber schätzungsweise trotzdem deutlich effizienter werden wegen einer verbesserten Fertigungsmethode. Beim Design erwarte ich keine riesigen Änderungen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass mir so langsam die Kreativität fehlt. Apple hat jetzt fünf Jahre in Folge praktisch dasselbe Design gehabt. Sie werden natürlich beim Titanrahmen bleiben und bei mattem Glas, was ja schon mal sehr gut ist. Man geht aber auch davon aus, dass das Display natürlich wieder heller wird und die Kameras besser. Man erwartet, dass auf allen Sensoren jetzt 48 Megapixel verwendet werden. Also nicht nur auf dem Hauptsensor, sondern auch auf der Ultraweitwinkelkamera und der Telekamera. Das würde bedeuten, dass man zum Beispiel 8K Videos auf allen Linsen aufnehmen kann, aber eben auch, dass alles etwas detailreicher wird. Ich werde aber auch nochmal ein ausführliches Video zu den iPhone Gerüchten machen, wenn wir dann da wirklich mehr wissen. Motorola hat in 2022 und 2023 echt abgeliefert und ich erwarte, dass das in 2024 auch so weitergeht. Wir hatten da einmal das Edge 50 Pro, also so ihr High-End normales Smartphone und dann natürlich das Razer 50 Ultra, also ihr High-End Foldable. Ich halte das aber auch nicht für unwahrscheinlich, dass Motorola mal ein großes Foldable vorstellt, also so wie das Samsung Fold oder das Pixel Fold. Bei Motorola kann man immer erwarten, dass sie die neueste Technik verbauen, also der Snapdragon 8 Gen 3, Schnellladen und effiziente Akkus werden wir da auf jeden Fall sehen und natürlich das alles gepaart mit reinem Android und relativ fairen Preisen, also die einfach nochmal ein bisschen unter dem liegen, was Samsung oder Apple von euch will. So richtig konkrete Gerüchte gibt es da aber noch nicht. Ich nehme an, dass wir dann im März auf dem Mobile World Congress und dann später im Jahr da definitiv nochmal mehr sehen. Das waren die wichtigsten Smartphones, die im 2024 erscheinen. Natürlich kann es immer irgendwelche Überraschungen geben, mit denen niemand rechnet und das sind dann meist auch meine Highlights. Ich freue mich auf jeden Fall, die ganzen Geräte für euch anzuschauen und macht's gut bis dahin. Ciao!